Hallo liebe Leute und herzlich Willkommen nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder zu einem neuen Video von mir. Ja, ähm, ich muss mich im Vorhinein entschuldigen, dass das Ganze jetzt so durcheinander wird, weil ich hab's mal wieder nach der ganzen Zeit verlernt, wie man kommentiert und so ein Kram. Das verlernt man wirklich, das ist nicht irgendein Scheiß, den ich jetzt euch erzähle, das verlernt man wirklich. Ich werd wieder irgendwelche Sachen vergessen, aber das ist mir eigentlich auch egal, denn es gibt endlich mal wieder positive Nachrichten. Denn, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, äh, war dieser Kanal oder ist dieser Kanal momentan auch immer noch sehr, sehr inaktiv. Das bedeutet, ich glaub, das letzte Video ist auch schon wieder eine Woche her und, ähm, dass ich das letzte Mal wirklich so ein richtiges Video aufgenommen habe. Das war das, mit dem ich zeige mich, ist auch bestimmt zwei Wochen her jetzt. Und, äh, das ist ziemlich krass eigentlich, wenn man mal so vergleicht, dass ich eine Zeit hatte, wo ich wirklich daily geuploadet habe. Ähm, ich bin ja auf dem Meintopia-Server, weil ich auch noch nebenbei ein bisschen zeigen wollte, dass sich hier einiges verändert hat. Ich hab jetzt zum Beispiel, sieht man hier, so einen schönen Wald angepflanzt, äh, und alles mögliche. Also, ich und Herr Psycho haben wir noch ein bisschen, haben wir das Ganze noch so ein bisschen so umgebaut, dass die Stadt, jetzt sag ich mal so, abgeschlossen werden kann. Ähm, und dass alle Projekte, die wir angefangen haben, so beendet werden. Weil es gab noch ein paar Sachen, die nicht ganz fertig waren. Also, eine Sache ist immer noch nicht ganz fertig. Ähm, aber wir wollen den Zerber jetzt nochmal auf Vordermann bringen, so. Weil, äh, momentan spielen wirklich nicht mehr so viele Leute hier drauf und die Frage ist, wie lange sich das Projekt überhaupt noch hält. Und dann wollen wir wenigstens zum Schluss noch eine schöne und geile Welt haben, die, äh, wirklich komplett fertig ist und die nicht, und da vibriert mein Handy, äh, die nicht, äh, zu Ende, also die nicht, nicht zu Ende gemacht wurde. War das richtig? Keine Ahnung. Äh, Sekunde, ich guck kurz, welche Nachricht ich bekommen hab. Also, ich hab einiges gebaut, oder, beziehungsweise bin auch dabei, das zu bauen. Ich weiß, ich hab gesagt, ich hab erst alle Projekte zu Ende gemacht, äh, und zwar hab ich hier alle Luftinseln fertig gebaut und ich bin auch dabei, da hinten wieder Schnee hinzumachen, weil der ja, ja, durch, durch ein paar Fehler vom Server weggegangen ist. Also, ist jetzt kompliziert zu erklären, deshalb sag ich das einfach so. Und, äh, ich hab angefangen hier, oder, beziehungsweise ich hab von außen ein Krankenhaus gebaut, das muss so eingerichtet werden. Äh, aber, ja, ansonsten ist es eigentlich, also hier sind die Materialien, ist es von außen, ist es eigentlich fertig, so, weil hier war ziemlich leer und deshalb würde ich da was hinmachen. Dann hab ich ganz viele Stellen, wo nichts war, hab ich einfach Bäume hingepflanzt. Und da hinten, auf diesem Grundstück, da stand lange nichts, beziehungsweise nur so ein kleiner Miniturm, da hab ich jetzt so einen großen Turm hingemacht. Und hier das gesprengte Haus von Herrn Poseidon, hab ich auch mit Bäumen wieder aufgefüllt und so weiter, ja. Die Bühne, da hinten hab ich auch ganz viele Bäume hingemacht, äh, ja. Was ich sagen wollte, dieser Kanal war sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr inaktiv. Und, ähm, ich kann euch nicht sagen, dass jetzt wieder Daily-Videos kommen, beziehungsweise wird's über die, der bestimmt noch einen Monat dauern, bis mal wieder so richtig Videos kommen. Auf jeden Fall hab ich ein Video noch, das muss ich schneiden, das hab ich auch wieder mit Herr Psycho gemacht. Das wird auf jeden Fall die Tage noch kommen. Ähm, und ansonsten sind wir gerade dabei, ich darf nicht zu viel verraten, sind wir gerade dabei, eine, ähm, Serie, ich sag mal, zu produzieren, eine Animationsserie, gell? Also, so ein paar Animationsvideos mit so gezeichneten Charakteren und so ein Kram. Ähm, ich sag nur nicht genau, worum es geht, also ich sag generell nicht, worum es geht. Ich sag nur, dass es, äh, dass da was echt Cooles auf euch zukommen wird. Äh, die Folgen werden natürlich sehr viel, äh, Arbeit in Anspruch nehmen und deshalb können die dann nicht Daily geuploadet werden, aber vielleicht, wir gucken mal vielleicht so einmal in der Woche dann ein Video darüber. Das dauert aber noch ein bisschen, bis wir damit anfangen können, weil wir noch nicht alle Charaktere wirklich fertig haben. Ähm, und die auch in allen möglichen Positionen noch so ein bisschen zeichnen müssen. Und ich würde erstmal lieber ein paar, vier Folgen oder so im Voraus, äh, machen, bevor ich die erste hochlade, damit dann auch versichert ist, dass die, äh, Folgen dann auch wirklich so in regelmäßigen Abständen zumindest kommen. Weil, wie gesagt, äh, jetzt momentan ist der Kanal so wirklich, wirklich, wirklich ziemlich inaktiv gewesen und, ähm, ja, das, das will, ich will, dass sich das ändert. Und, und dann habe ich zumindest mal wieder ein bisschen was, ähm, an Ideen, die ich dann hier ein bisschen hochladen kann, weil, ja, ich muss sagen, ähm, hier auf dem Server, dass ich hier die ganze Zeit alleine spiele oder fast immer nur alleine spiele, ähm, ja, das mache ich lieber, wenn ich so ein bisschen chillen will, da muss ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen oder so. Also, es ist auch, war auch früher viel geiler, wenn man dann mit ein paar mehr Leuten aufgenommen hat. Und generell Gaming aufzunehmen ist für mich, also, keine Ahnung, nicht mehr so das, was ich unbedingt machen will. Also, Gaming ist, äh, nicht mehr so, äh, der Content, den ich unbedingt machen will, da geht mein Handy schon wieder. Egal, gucke ich gleich. Ähm, hat man ja auch vielleicht schon gesehen, ich, ich, also, hab ja jetzt dieses Real-Life-Video gemacht, weil ich jetzt so ein bisschen mehr, ich sag mal, Real-Life-Content machen will, obwohl das jetzt sich gerade nicht so richtig anbietet, weil ich auch nicht genau weiß, über welche Themen ich reden soll. Also, schreibt mir da gerne mal irgendwelche Sachen in die Kommentare. Jetzt hab ich wieder keinen Ton mehr, ich verstehe das nicht. Schreibt mir da gerne irgendwelche Sachen in die Kommentare, ähm, okay, ihr hört den Ton, aber ich nicht. Reibisch. Also, wie gesagt, schreibt mir einfach gerne irgendwelche Sachen in die Kommentare, ähm, irgendwelche Ideen, wie ich, oder was ich für Videos machen soll, also Real-Life-Videos jetzt. Weil, von dem Gaming will ich so ein bisschen weg, auch wenn ich gerade hier auf dem Server spiele, aber ich, ich wollte das Ganze einfach jetzt hier nehmen. Weil, ja, es ist halt perfekt, um irgendwas anzusprechen, dann laufe ich hier einfach ein bisschen durch die Gegend und dann passt das Ganze. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hab mich seit langer Zeit mal wieder zurückgemeldet und, äh, eigentlich hab ich das Ganze kommentatorisch gar nicht so scheiße hinbekommen. Also, es geht auf jeden Fall schlechter. Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die kommenden Projekte oder auf die kommenden Videos. Und ja, wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und, äh, ich denke, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, da ist jetzt Hobby. Ah, haut rein, ciao! 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 Ciao!